Hallo Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Curble Space Program. Ja, wir haben in der letzten Folge ja ein bisschen Fortschritt gemacht. Aber ich denke wir machen in dieser Folge mal ein bisschen wieder technisches Probieren. Denn wir haben jetzt ja das 150 Tonnen Launchpad, was uns ganz neue Möglichkeiten gibt an Raketen zu testen. Beziehungsweise auf neue Level zu gehen und mal zu schauen, wo wir hinwollen in Zukunft. Der endgültige Plan denke ich ist es einen Satelliten in den Orbitz jetzt fürs Erste zu kriegen. So schnell und stabil wie möglich. Hierzu müssen wir natürlich schauen, dass wir das dementsprechend auch hinkriegen können. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir aktuell haben. Fairings haben wir, das finde ich super. Und wir haben verschiedenste Triebwerke. Eins, was mich sehr, sehr anspricht, ist dieses NAA75A110R Series. Die hat ordentlich was, wie es ausschaut. Hat zwar nur 60 Sekunden Burntime circa, aber ich denke, damit können wir was anfangen. Ich denke, damit können wir was anfangen. Und deswegen möchte ich mal schauen, was wir da jetzt schaffen könnten. Und dann was daraus basteln. Dazu nehmen wir jetzt erstmal einen simplen Opfer. Wir nehmen jetzt hier mal Avionics Procedure. Wir bauen ja fürs Erste mal nur so ein Beispiel im Grunde, ne? Wir nehmen hier Conventional Structures, weil das anders haben wir immer noch nicht. Und dann bauen wir mal hier rum. Jetzt haben wir dieses AJ10. Nein, nicht AJ10. Wir haben NAA, das ist NAA. Der 110 Series. Und ihr seht schon, das ist relativ groß. Und ich glaube, damit können wir relativ viel anfangen. Weil das ist so die Mindestgröße, die wir brauchen. Also ich würde mal davon ausgehen, wir brauchen mindestens 2 Meter für dieses Triebwerk. Und dann hat es jetzt aktuell 12 Sekunden Flugzeit. Also damit gehen wir... Das ist die Menge, die es schafft. Aber holy shit. Fast 3.300 Meter pro Sekunde. Ist schon ein Schleckerchen, ne? Obwohl nicht, dass dieses Triebwerk halt echt nur... Eine Minute und fünf Sekunden, also eine Sekunde mehr. Wir können wahrscheinlich noch so eins... Nee, da 10. Jetzt haben wir noch eins drüber. Aber ich glaube, ich kann es auch noch nicht upgraden oder sowas, ne? Ich koste jetzt 30.000 allein schon so mal. Oh, holy shit, okay. Wenn wir das als Grundbasis für einen Flug, für eine Rakete nehmen könnten, wäre das natürlich sehr, sehr praktisch. Wenn wir das jetzt hier mal als Basis nehmen. Dann brauchen wir eine Second Stage. Und ich glaube, jeder weiß, an was für ein Triebwerk ich in diesem Fall denke. Es ist halt mittlerweile eins unserer längsten Triebwerke. Und wir haben es etliche... Oh, nee, da gibt es die größere Variante. Nee, wir nehmen die hier. Dies hat gleich dieselbe Funktionalität, wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett irre. Genau. Da tun wir jetzt auch mal einen... einen Tank dazwischen. Zack. So. Needs Basic Rocketry. Ach so, das Ding haben wir noch gar nicht. Ah, scheiße. Ähm. Gut. Ihr geltet alle denn hier? Ihr seid alle Non-RP. Was soll denn das? Dich darf ich nicht, weil du hast Ground Support. Braust, ne? Ground Support Triebwerke. Ihhh. Ihhh. Okay, wir gehen mal zurück zu dir. Wie viel... Was ist deine... Ja, das kann ich nicht einstellen. Das ist ja kein Problem. Burn Time haben wir hier 45 Sekunden. Und auch nur 1600. Uff. Würde, das wäre unsere zweite Stage. Das wäre jetzt komplett. Ähm. Gut. Und wenn wir dann fürs Upper Stage... Pressure Fit und alles... Das wäre das kleinste, was man machen könnte. Wenn wir dann davon ausgehen, wie viel Sekunden... 47 Sekunden... 47 Sekunden... Natürlich, du brauchst auch wieder einen High Pressure Tank. Das wäre dann so eine Rakete. Hat noch weniger Triffschiff. Ich glaube, wir kommen da nicht mal ansatzweise vorhin. Wenn wir jetzt davon nur mal... Oh, voilà. Das wollte ich nicht. Ähm. Spiel. Da. Wenn wir das jetzt hier mal nur simpel zusammenstecken. Wir können doch bestimmt hier so... ... ... Einfach mal nur wieder zur Überlegung. Ich brauche auch wieder einen Adapter dran. Du bist das hier, du bist das hier. Wir kommen da circa auf 4.000. Crunching Numbers. 5.000 Meter pro Sekunde. Wenn ich mal sage, wir sind hier dann schon. Oh Gott. Okay, natürlich, wenn ich das jetzt wieder anfasse, ändert sich das Ganze wieder. Es tut es aber auch nur minimal verändern. Also ich gehe jetzt mal nur von dem hier aus, ne? Wir reden jetzt hier von nicht mal einer Tonne. Deswegen gebe ich dir eine Tonne mit 500. 500. Ist das jetzt wegen der controllable mess? Alter. Hä, wo bin ich jetzt? Nochmal 1500. Apply and resize. Gut, jetzt macht es weniger aus. Dann hat das Ding, ja, ein bisschen mehr. 2000 Meter pro Sekunde. Da musst du dran denken. Wir brauchen hier zwischen keine Steuereinheit, weil die erste Einheit uns eigentlich, oh Gott, das wird lustig. So rein Interesse halber, ne? Also klein. Kann ich hier irgendwelche Gnies nehmen? Nee, kann ich nicht. Vierfach. Länge runterrottieren. Zack. Offset. Das einstellen. Perfekt. Gut. Und dann gehen wir hier auf die Rotation. Ich will einfach mal probieren, wie es funktioniert. Dass das Ding nicht wirklich flugfähig ist, ist mir natürlich klar. Aber ich will einfach mal grad irgendwie wissen, wie das sein könnte. Da können wir gleich mal mit, Leute. Das hier nehmen. Einfach mal simulaten. Nicht beeinflussen lassen, einfach mal gucken. Ich glaube irgendwie, dass wir noch die anderen Triebwerke brauchen. Ziemlich sicher. Ich glaube, dass die nicht wirklich für sowas geeignet sind. Leider. Leider, 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 leider. Aber ansonsten können wir vielleicht auch mal wieder ein Jet designen. Wer will, wenn wir wieder Zeit für einen? So. Wir schalten die Queue wieder in True Altitude. Gehen auf True Altitude hier drüben. Ah ne, so soll das vielleicht nicht sein. So besser. Ich bin gespannt. Irgendwann müsst ihr die Queue dann sozusagen wieder abschalten. Jetzt bremst sie. Wie gesagt, das ist ja jetzt quasi alles so Interesse halber. Zu schauen. Ich schalte die so Interessante an. Die Queue wird höchstens größer. Schätzplätze stabil. Das ist sogar Wahnsinn, okay. Also unsteuerbare Flaps sind eine Katastrophe. In dem Fall. Gut zu wissen. Weil jetzt wird es nur schlimmer. Unter dem direkten Triebwerke ausfall, okay. Wie hoch hat uns das Ding eigentlich geschossen? 60 Kilometer. Aber wir brauchen schon den Schub zum Dekappeln. Also wenn wir das jetzt anschauen, wir brauchen glaube ich doch die zwei Booster links, rechts, die nochmal extra Schub geben. Und eine Steuereinheit auf jeden Fall in der ersten Stufe. Damit wir das besser fliegen können. Also vielleicht doch erste, zweite Stufe steuerbar. Vielleicht gar nicht blöd in dem Fall. Da haben wir ja wo waren sie denn? Separation Motors. Schade, die sind doch gar nicht schlecht. Zwei davon. Oder vielleicht hier sogar drei? Separation Motors. Und die brauchen auch. Da sind sie sowieso riesig wieder. Gut. Wird hoffentlich ja nicht so schlimmer sein. So. Pioneer Adjustment Motor. Okay. Dann bringen wir die mal aus der Rotation raus. Und passen sie an. Na komm, so schwer kann es auch nicht sein, die einzuschneiden. Gut, danke schön. Und dann, wo sind die Flügel? Dann brauchen wir hier eins, zwei, vier wieder. So. Dann brauchen wir nur eine Steuereinheit hier unten rein, theoretisch. Die sich da drum kümmert, dass das Ganze fliegt. natürlich soll die mindestens mal so breit werden, wie jetzt der Rest hier. Wie viel Ton wiegen wir? 15, also 16 Tonnen. Und wir gehen auf 2000 Appliant Resize. Gut. jetzt mal die JSON-One Speichern und Triebwerk hier runter. Dann geht das auf. Ich würde das alles in eine Stufe mal setzen. Genauso wie den Rest hier. Und dann schauen wir uns das Ganze noch mal an. Simulate. Müssen wir schauen. Ich kann halt nicht sagen, ob das so gut funktioniert, wie ich mir vorstelle. Also, ich weiß es halt echt nicht, ne? So. Reintheoretisch müssen wir ja in einen guten Fluch reinkommen, ne? Also, irgendwie schon seitlich auch. Die Frage ist, wie gut das am Ende funktioniert. Aha, schon an. Jetzt hat... Aha. Aha, jetzt hat sie schon den Maximumpunkt erreicht. Jetzt passt das Verhältnis natürlich nicht. Boah, die lässt sich eklig steuern. Achso, sie ist ja erst noch nicht angemacht. Ja, dann... Natürlich steuert die sich eklig. Ja, super. Aha, aha, aha. Okay, Flug zurücksetzen. Auf Start. Wir tun mal doch vielleicht die Triebwege eins später setzen. Wir haben Separation, die Dinger geben Gas und... wir schalten das Ganze an. Vielleicht müssen wir da noch mal die Stärke ein bisschen einstellen bei den Separation Motors und allem. Aber ich denke, grundsätzlich sind wir da gar nicht schlecht auf dem Weg. Uns interessiert ist mal nur Q in dem Fall. dann brauchen wir hier jeweils noch eine Stufe. Gut. Wir gehen jetzt ganz leicht schon mal in den Seitenflug. schauen wir mal, was sich das bringt am Ende. Vielleicht macht es auch einen Unterschied natürlich, wenn man sie besser ist. Ohne Frage in dem Fall. Ich habe nicht mal eine Sekunde Zeit, dann die andere Stage zu typen. Holy shit, okay. Ich habe nicht mehr die Stärke in die Stadt. Ich habe nicht mehr die Stärke in die Stadt. So. Ich habe nicht mehr die Stärke und die Stärke in den Fall. Triebiges Auffallt. Ah, 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 nee. Das gibt's doch gar nicht. Ich sollte echt die Schubgrenzen bei den Anständen. Geben wir es noch einen Versuch heute. Kommt, heute sind wir wirklich freundlich. Aber ich denke schon, dass wir das irgendwie so hinkriegen könnten. Oder wir müssen echt irgendwie schon, dass wir... Es kann es ja nicht sein, dass wir da irgendwie noch rumfuchteln müssen. Das Triebwerk ist echt zum Kotzen gerade irgendwie. Aber einen Versuch will ich noch geben. Wir tun nochmal genauso die Triebwerke separieren. Wir tun die Schubgrenze auf irgendwas mit 30 Anständen. Weil die geben wir auch eine Holy Shit geben die Schub. Aber es bringt uns nichts, wenn wir damit nicht weiterkommen. Wir brauchen irgendwie einen Schub, damit wir Gas geben können und da wegkommen. Also irgendwas Nutzbares brauchen wir halt. Ich glaube schon, dass wir das mit Q irgendwie ausgemacht bekommen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Hier unten hat sie 3 dran, glaube ich, irgendwo. Jetzt mal die Schubgrenze einfach auf 30 bei allen. Schubgrenze 30. Auch bei dir hier oben. Da würde ich sogar ein bisschen niedriger gehen und dann sagen wir so 17. Weil es ja noch kleiner ist, das ganze Ding. Dann haben wir hier schon ein paar Sekunden mehr Zeit, um das Ganze am Ende zu regeln. Und dann, letzter Versuch für heute, Leute. Wir gehen direkt so ganz leicht in den Seitenflug rein. Okay, hier kommen wir nicht so ganz über 1 Meter pro Sekunde, obwohl. Gehen wir mal auf 40,5. Das ist jetzt echt uncool, Leute. Das war jetzt natürlich nicht perfekt rotiert. Was das Ganze jetzt noch viel schwieriger macht. Ha, ha, schön. Ja. So wie man es möchte. Ach, schöne Scheiße. Ja, okay. Ich glaube, jetzt müssen wir bis zum nächsten Mal, müssen wir die mal designen und schauen, ob die überhaupt funktioniert, aber. Also oben irgendwas mit 40,5 und unten. Es könnte funktionieren. Es könnte funktionieren. Die Frage ist halt, wie weit wirklich die Rakete am Ende fliegt. Und das sind wieder Sachen, die man muss überlegen, probieren, probieren, probieren. Es dauert wieder Stunden, aber. Wenn es am Ende ja funktionieren würde, wäre es ja nicht mal schlimm, ne. So, wir tun euch jetzt mal hier auf die. Ich glaube, 17 hatte ich euch eingestellt, ne. 17 war der. Ja, perfekt. Ich bin dann schon jetzt soweit gegangen. 40,5 irgendwas hier. Und dann tun wir euch hier separieren. Dann sind wir bei allem über. Da können wir sogar noch lange so reinstellen. Stellen wir auf 10 runter. Ja, ich glaube, dann sind wir hier, machen wir hier so 12,5. Dann sind wir gut dabei. Ich tue bis zum nächsten Mal die ein bisschen designen. Noch ein paar Mal probieren. Schauen wir mal, ob die Jason überhaupt was bringt für uns. Am Ende ist ja das Ziel immer noch damit, in den Orbit zu kommen und mal stabil zu fliegen. Wenn das geschafft ist, alles gut. Muss kein perfekter Orbit sein. Dafür ist die Rakete auch überhaupt nicht ausgelegt. Sondern einfach zu sagen, hey, wir kriegen was in den Umkreis. Wenn wir das schaffen würden, sind wir schon mal wieder eine Stufe weiter. Mit den nächsten Forschungen wiederum, denke ich, könnten wir es schaffen, uns allgemein weiterzuentwickeln. Und wirklich mal standardmäßig Orbits zu schaffen. Aber dafür müssen wir halt viel, viel forschen. Aber grundsätzlich wisst ihr, von was ich rede. Ich rede hier von den LR43 und dem S2253. Die beiden, denke ich, werden uns viel helfen. Natürlich die Triebwerke hier sind dann Gold wert. Die sind Gold wert. Aber so weit sind wir halt noch nicht. Hier kommen ja überall ganz, ganz viele spannende Triebwerke. Aber wenn wir so weit sind, sind wir eh schon sehr gut dabei. Aber Leute, ich würde sagen, das war es für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. 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 Ciao.